Hallo, ich bin Sam Matthias. Heute mache ich ein Video von meinem neuen Mitbewohner. Er ist gestern bei mir eingezogen. Und zwar ist das ein afrikanischer Weißbauchigl. Ein Junge, er heißt Sam, gerade mal zwei Monate alt. Er war schüchtern von der langen Autofahrt gestern, über fünf Stunden. Diese Igel kommen aus Westafrika und leben dort in Höhlen. Tagsüber verschlafen den Tag und bei Nacht gehen sie auf Beute fangen oder auf Beutesuche. Sie können sehr zahm werden, wenn man sich mit ihnen viel abgibt. Und die Ernährung. Meiner bekommt jetzt momentan Katzentrockenfutter. Dann mag er auch Rühreier und auch Lebendfutter. Und zwar die Mehlwürmer, mag er sehr gerne. Und auch die Cifroba, die größeren Firma. Und gestern habe ich ihn in Ruhe gelassen. Er ist bei mir angekommen, gestern Nachmittag. Hat er noch die ganze Mittag und die ganze Nacht durchgeschlafen. Und heute Morgen habe ich geschaut, ist er soweit okay. Er hat auch gleich was gefressen. Das könnt ihr nachher sehen. Auf jeden Fall ist er ein ganz süßer Kerl. Und ich kann nicht mal sagen, was ihr von ihm haltet. Der kleine Sam. Kommentare schreiben. Ich werde dann noch ein Haltungsvideo machen von ihm in den nächsten Tagen. Und sein Travium werdet ihr ja auch gleich kurz sehen. Okay, das war es mal soweit. Wenn es euch das Video gefallen hat und vor allem, wenn euch es dann gefällt, lasst doch einen Like da. Und trotzdem, see you later. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.